Für den sechsten Platz bläht die Trio Kürr und Schüler aus Leipzig. Platz Nummer 5, der geht an die Linné-Grundschule. Herzlichen Glückwunsch, den vierten Platz belegt die Grundschule Klaffenbach, herzlichen Glückwunsch. Das erste Team ist Mats Gotschen, das ist die Grabe mit Limmersatt. Weißt du, die ist gut? Rauschen. Alles klar, okay, Glückwunsch. Gut, auf Platz 3 und jetzt will die ganze Mannschaft da vorn Blickrichtung zu den ganzen Mannschaften Ausbildung nehmen und zwar die Bronzemedaille, die Grundschule Kitschow. Herzlichen Glückwunsch. So, Jobmeyer an. Der Kürr und Schlüpp mal wieder vorne. Also, haben wir einen Kölschchen. Was anderes rum? Doch! Wer kann schon hier? Zwerberatz gegen Andi Erich Kessler 15 Wir sind eigentlich zu sechs und einer ist schon nach Hause gegangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Und wir sind jetzt mit dem neuen Golf. Und jetzt Fodor! 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 Dankeschön! Das wollen die Jungs und Mädels der Kurt-Masur-Grundschule aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch! Ganz typischer Fußballer. Aber Hauptsache gewonnen. Darin kann ruhig mit hochkommen.